Was ist die Wohnung in der Zeitung? Ja, die Wohnung ist noch nicht vermietet. Was ist die Wohnung in der Zeitung? Ja, bitte, was möchten Sie wissen? Was ist die Wohnung in der Zeitung? Was ist die Wohnung in der Zeitung? Die Kaltmiete ist 480 Euro, die Nebenkosten sind ca. 200 Euro monatlich. Haben Sie Familie? Wie alt sind Ihre Kinder? Wenn Sie möchten, können Sie sich die Wohnung ansehen. Sie ist hell, sonnig und wird Ihnen bestimmt gefallen. Ja, 16 Uhr passt. Ich werde in der Wohnung auf Sie warten. Bartels, Andreas Bartels. Bis morgen, Frau Norbert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020